hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video es ist samstag in der früh und ich stehe hier im wiener türkenschanzpark und zwar möchte ich heute mein neues tele ausprobieren ich weiß gar nicht ob man es sieht weil die sonne so blendet das ist das canon 100 bis 400 ich habe keine ahnung ob man das so bezeichnet ich nehme euch auf jeden fall mit viel spaß bei den impressionen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's von meiner ersten kleinen Video- und Fotosession mit meinem neuen Tele-Objektiv. Wer mehr von mir in meinem Kanal erfahren möchte, kann diesen gerne abonnieren. Und wer das Video bisher gesehen hat, schreibt in die Kommentare, Hashtag Tele. Ich sage vielen Dank für's Schauen vom Video, Baba und bis zum nächsten Mal.